Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 15. Juli. Gut, wir beginnen wieder mit den Markierungslinien, mit den Long- und Short-Bereichen vom Vortag. Die haben sich auch für den heutigen Donnerstag nicht geändert. Wir behalten weiterhin den Short-Bereich zwischen 15.800 und 15.850 und den Long-Bereich dann am 50er EMA zwischen 15.450 und 15.500 Punkten. Wir haben uns am Vortag seitwärts bewegt, konnten erneut leicht über 15.800 Punkte ansteigen, ein neues Allzeithoch markieren bei 15.810 Punkten, damit auch leicht in den Short-Bereich eindringen und sind dann aber wieder zurückgekommen und letztendlich dann bei 15.788 Punkten leicht unter der Marke von 15.800 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorwürstlich notieren wir am heutigen Donnerstagmorgen wieder etwas tiefer bei 15.760 Punkten. Insofern dürfte diese Seitwärtsbewegung über dem 10er EMA weitergehen. Solange wir uns aber über dem 10er EMA aufhalten, ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Wir befinden uns aktuell auch im Long-Modus, der Kreis ist aktuell blau. Insofern hat sich die Lage für den DAX etwas aufgehellt. Trotzdem bewegen wir uns im Monatschart weiterhin am oberen Fibonacci-Ficker. Den Chart schauen wir uns gleich noch eben an. Und zudem könnten wir, wie vorher schon erwähnt, einen Doppeltop bilden. Hier zwischen 15.802 und 15.810 Punkten direkt am genannten Fibonacci-Ficker. Und das wäre dann eine bärische Umkehr-Formation. Und in der Folge könnten wir dann wieder nach unten abdrehen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann zunächst hier der Bereich um den 10er EMA. Brechen wir nach unten durch, dann wäre hier die übliche Auffangmarke am 50er EMA zu sehen, wo wir in der Vergangenheit, wie man hier sehen kann, immer wieder nach oben abgeprallt waren. Und brechen wir dann unter den 50er EMA durch und fallen dann auch unter die Unterstützung hier bei 15.300, 15.310 Punkten. Dann würde ebenfalls ein neues Schwächersignal generiert werden. Und wir wahrscheinlich dann zunächst Kurs nehmen auf die runde Marke von 15.000 Punkten. Wir machen dann weiter mit dem Wochenschart im DAX. Da befinden wir uns über der roten Markierungslinie. Das ist die Markierungslinie, die wichtig ist für einen weiteren Anstieg Richtung 16.000 Punkte. Solange wir uns hier über der roten Markierungslinie aufhalten, wäre die nächste Anlaufmarke dann bei 16.000 Punkten zu sehen. Erst wenn wir nachhaltig nach unten durchbrechen unter die rote Markierungslinie, dann wäre mit einem weiteren Rücklauf zu rechnen Richtung 14.850 Punkte zur hellgrünen Markierungslinie. Bisher wurde diese rote Markierungslinie hier auf Wochenschlussebene nicht aufgegeben. Wir sind hier zwar teilweise nach unten durchgetaucht, dann im weiteren Wochenverlauf, aber wieder über die Markierungslinie angestiegen. Und solange wir diese Linie verteidigen können, wären dann 16.000 Punkte die nächste Anlaufmarke. Gut, und nun kommen wir dann zum erwähnten Monatschart, wo wir uns weiterhin hier an der oberen Fibonacci-Faker-Linie entlang bewegen. Wir könnten möglicherweise hier also einen Doppeltop bilden mit dem Verlaufshof bei 15.802 und 15.810 Punkten und dann hier an diesen Fibonacci-Faker wieder nach unten abdrehen und letztendlich eine längere Korrektur einleiten. Vor dem Hintergrund, dass wir uns hier seit dem Verlaufstief bei 8.255 Punkten fast ohne Unterbrechung hier nach oben bewegt haben und die letzte größere Korrektur hier im letzten Jahr stattgefunden hatte und daher eine neue Abwärtskorrektur mehr als überfällig ist. Die nächste Anlaufmarke wäre dann in diesem Fall der 10er EMA bei 14.528 Punkten und danach fallen wir dann darunter, würde es dann tiefer gehen zur ehemaligen Widerstandslinie, dieser roten gestrickelten Linie hier, etwas über der Marke von 14.000 Punkten. Gut, und damit wären wir dann wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Donnerstag. Ich melde mich dann wieder morgigen Freitag mit dem ING Markets Morning Call, wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading und bis morgen. Vielen Dank.